Ich wünsche Ihnen einen recht guten Appetit bei Mauers Speck und Eier essen. Die Mauers Deichstadt Eier sind die besten. Ich hoffe, da stimmen Sie mit mir überein. Am 1. Mai ist es wieder soweit. Wandertag zum Hühnerhof Mau im Gladbacher Feld. Ab 11 Uhr geht es los. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr gibt es Rührei mit Schinkenwürfel, Brot. Natürlich kostet nichts. Live-Musik, Festzelt, Hüpfburg, Fußballkarussell, Planwagenfahrt. Alles, was das Herz begehrt. Von 11 bis 14 Uhr Einblick in den Hühnerstall. Nachmittags gibt es noch Kaffee, Kuchen, Waffeln mit Kirschen und Sahne, Weinlaube vom Weingut Wilms aus Leutesdorf, Getränkebrunnen und Imbiss vom Imbiss Lenz. Und das alles zu gut bürgerlichen Preisen. Also auf am 1. Mai zum Hühnerhof Mau im Gladbacher Feld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017